Sie sind schon ein paar Highlights von ECA bilateral und ich freue mich extrem. Also ich habe sehr sympathische Kunden und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Teilnehmer ein wenig weiter tiefer in die Materie eingestiegen sind, dass sie wirklich auch eigene Erfahrungen schon mitgebracht haben und dass sie offener waren als letztes Jahr. Jetzt ist das von den Teilnehmern abhängig oder von Orts abhängig. Letztes Mal war sie in der Innerschweiz, dieses Mal war sie in Baden, keine Ahnung, aber das hat mich sehr gefreut. Dass sofort Effekte vom Yoga wahrgenommen wurden. Dass einige gesagt haben, sie haben gerade weniger Schmerzen oder sie fühlen sich entspannter oder sie fühlen sich viel ruhiger. Sie konnten sofort, instandmässig wahrnehmen.